Herr Messi, jetzt mal eine Frage. Bleiben Sie in Barcelona oder werden Sie irgendwo mal in Magdeburg wechseln? Na, ich glaube, da habe ich nicht das Zeug für. Aber ich kann mich erstmal in Barcelona durchsetzen. Dann sehen wir erstmal weiter, was da passiert. Aber Magdeburg ist eine Nummer zu groß für mich.